Willkommen bei Cleverscharmagie, ich bin der Maik. Heute was aus der Reihe Star Trek. Ich glaube, das ist das bekannteste Schiff aus dem Star Trek Universum, die Ur Enterprise. Hier in der Ausführung NCC 1701 A. Zu erkennen an den eckigen Warp-Gondeln, die ohne A, die 1701, hat ja runde Warp-Gondeln und die sind eckig. Das ist ein abgewandelter Nachbau, ob die Größe zum anderen Schiffenwelt vom Größen her so passt. Ja, zum Modell, 16 Noppen lang, 8 Noppen breit, 43 Teile und das wird, wenn ihr einen Ständer nachbauen wollt, Halter 2 benötigt. Beides unten verlinkt. Ja, das bekannteste Schiff unter Captain James D. Kirk oder auch unter Freunden auch Jim genannt. Wer kennt es nicht? Die haarsträubenden Wortgefächer zwischen Pille und Spock. Faszinierend war Spocks Standardspruch und Pille-Spruch war ja immer Jim, ich bin Arzt, kein mhm-mhm mit irgendwas wahr. Ja, hofft hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Euer Maik. Bis zum nächsten Mal.